Servus aus meinem Bastelkeller. Ja, der Februar ist rum und es gibt wieder einen Energiebericht. Ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Die Photovoltaikanlagen, die ich betreibe, habe ich wieder in der Beschreibung unten drin, damit man so eine Vorstellung hat, was bei uns alles so aktiv ist aktuell. Und verbaut ist auch eine Pelletheizung, immer noch, kommt aber auch wieder raus. Und ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Einen PV-Ertrag haben wir gehabt im Februar von 595 Kilowattstunden, was jetzt gar nicht eigentlich so schlecht war. Das war ein ziemlich guter Februar, wie ich finde. Und einen Gesamtverbrauch von 528 Kilowattstunden. Aus dem Netz 84 bezogen. Das ist einmal wegen Regelung geschuldet und einmal, weil die ersten zwei, drei Tage vom Februar der Akku noch ziemlich leer war. Da ging einfach noch nicht so viel. Aber so ab dem 4. Februar war es dann eigentlich komplett durchgehend autark, die ganze Sache. Und so kam man im Februar auf eine Gesamtautarkie von 84,1%. Ja, das ist jetzt schon mal ein bisschen was anderes als im Dezember und im Januar. Also ist jetzt schon mal wieder deutlich, deutlich besser. So richtig Überschuss haben wir allerdings immer noch nicht. Das sind jetzt 74 Kilowattstunden, die ins Netz gingen. Ja, damit kann man jetzt nicht wirklich viel heizen. Aber zumindest besser als gar nichts. So, zu den Winkeln. Das ist eher so das Interessantere, glaube ich. Schaut so aus. Die 75 Grad Anlage hat gebracht 69,9 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Ja, was jetzt echt wirklich gut ist. Da kann man wirklich nichts sagen. Und im Vergleich dazu die 40 Grad nicht viel schlechter mit 64,6 Kilowattstunden sind 92,4%. Die 20 Grad Anlage etwas schlechter nochmal wieder mit 57,5 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak bei 82,3%. Und wie eigentlich jedes Mal die Ost-West gravierend schlecht mit 34,1 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak mit 48,8% im Vergleich zu einer Südanlage mit 75 Grad. In dem Zuge ein schöner Gruß an den Thorsten. Ja, also, deine Ost-West-Anlage brauchst du nichts denken. Es ist halt einfach wie es ist. Ost-West ist im Winter einfach nicht gut. Ja, und ich glaube, da macht ein steileres Dach auch nicht wirklich viel aus. Ob jetzt das steiler oder flacher ist, Winkel ist bei Ost-West einfach im Winter nicht optimal. Ja, dann haben wir gebraucht 470 Kilogramm Pellets. Ja, das ist eigentlich so gut wie gar nichts. Die Solar-Thermie-Anlage hat erstaunlicherweise 425 Kilowattstunden Wärme gebracht, was echt nicht schlecht ist für den Februar. Ja, und so hat die Solar-Thermie-Anlage von den insgesamt rund 2350 Kilowattstunden Wärme, die wir gebraucht haben, also inklusive Solar-Thermie, ja, also Gesamtwärmebedarf, hat die Solar-Thermie allein ungefähr 18% Deckungsgrad gehabt. Was für einen Februar wirklich nicht schlecht ist, ja. Kann man damit arbeiten. Jo, trotzdem muss man halt auch realistisch sein. Bei mir geht es ja um das Thema Platz. Ja, wer kein Platzproblem hat auf dem Dach, dem würde ich auf jeden Fall immer noch eine Solar-Thermie-Anlage ans Herz legen, weil es einfach vom ganzen Aufbau her wesentlich einfacher ist als eine PV-Anlage mit Wärmepumpe und alles. Auch wesentlich langlebiger, ja, ein Batteriespreicher ist schon fast Pflicht, wenn man eine Wärmepumpe verbaut, weil man sonst einfach die Wärme bzw. den PV-Strom, wenn einer kommt, nicht richtig nutzen kann. Und dementsprechend, ja, muss jeder selber irgendwo abwägen. Röhrenkollektoren, wenn man genug Platz hat, hat es einfach den Vorteil, man kriegt sofort hohe Temperaturen, die man auch gut einspeichern kann im Puffer. Und wenn man ein hohes Delta hat, ist ein Pufferspeicher natürlich auch gut, ja. Bei einer Wärmepumpe ist immer das Problem, weil man so wenig Delta hat, aber da werde ich demnächst noch mal ein eigenes Video machen, ja, mein letztes Video, ich verlinke es mir da oben, mit Pufferspeicher und Wärmepumpe. Das ist teilweise ein bisschen falsch verstanden worden, das heißt nicht, dass ein Pufferspeicher grundsätzlich falsch ist oder grundsätzlich schlecht ist. Es macht nur einfach in Verbindung mit einer Wärmepumpe einfach keinen Sinn, ja, das ist Physik. Wenn man wenig Delta hat, macht es einfach keinen Sinn, so einen Riesenteil von einem Puffer in den Keller zu stellen und dann mit einer, ja, sehr geringen Beladeleistung in den Puffer reingehen, ja. Damit ich ordentlich was speichern kann, brauche ich eben Riesenwassermengen, ja, und natürlich auch ein gewisses Delta. Und eine Wärmepumpe bekommt einfach die Leistung nicht her, ja, das heißt, wenn jetzt da drei Stunden die Sonne scheint, kriege ich in drei Stunden einfach den Puffer nicht voll. Was ich aber in drei Stunden voll kriege, ist ein Batteriespeicher, ja, wenn die Ladeleistung gut ist, ja, dann kriege ich in drei Stunden einen Batteriespeicher eben voll, ja, und da habe ich dann im Endeffekt mehr davon. Aber, wie gesagt, kommt demnächst wahrscheinlich noch ein kleines Video, das ist irgendwie ein bisschen missverstanden worden, ja. Jo, ansonsten, ähm, zu den Verlusten wieder, ich blende es nochmal kurz ein, ähm, wir haben ja von den 595 Kilowattstunden Ertrag, ja, das ist ein gewisser Teil, der einfach verlustig ist. Ja, das sind ungefähr realistisch zwei Kilowattstunden pro Tag, wenn die Wechselrichter durchlaufen, das heißt, im Mittel haben wir irgendwo 83 Watt, ja, die irgendwo verloren gehen. In einem Drei-Phasen-System inklusive Wirkungsgrad, das heißt ja nicht, dass die, ähm, drei Wechselrichter permanent 83 Watt verbraten, ja, die sind ja permanent an jetzt gewesen, oder bis auf zwei Tage waren die immer an. Sondern diese 83 Watt im Schnitt, äh, kommen ja auch daher, dass die Anlage, die hat ja auch einen Wirkungsgrad, ja, irgendwo zwischen 90 und 95 Prozent, je nach Auslastung, irgendwo so ganz grob im Bereich. Und wenn jetzt ich da einen Strom irgendwo verbrate, beim Entladen, dann ist das ja auch da mit drin, ja, dementsprechend, äh, 83 Watt im Schnitt. Was ich jetzt aber gar nicht so extrem schlecht finde, ja, ich meine, gewissen, gewisse Verlustleistung hat man halt immer bei so einem System, das kann man auch nicht vermeiden, ja, und, äh, manche die sagen, ja, sie haben dann 0,5 Kilowattstunden am Tag bei so einem Drei-Phasen-System. Und eben, ja, äh, ich sag's jetzt ganz ehrlich, äh, aus elektronischer Sicht, oder, oder aus Sicht vom Elektroniker, ähm, irgendwas berechnen, oder irgendwas aus einem Berechnungsprogramm, das vom Hersteller kommt, rauslesen, dieses eine, ja, real messen, wie sicher's da gemacht hab, das ist ja das andere, ja, ich meine, man kann viel draufschreiben, und ob's dann wirklich so ist, und ob das dann auch wirklich so verrechnet wird, bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, äh, verwenden alle irgendwo ähnliche, äh, Technologien für die ganzen Halbleiter, und ob dann ein anderes System so viel besser sein kann, technisch, kann man mir ehrlich gesagt auch so nicht wirklich vorstellen. Jo, dann war das, äh, wieder der Februar, demnächst kommt noch eine Zusammenfassung, denke, vom kompletten Winter, beziehungsweise den Winter, der für die meisten PV-Besitzer interessant ist, sprich, äh, November bis Februar, ja, ganz grob. Das ist auch noch ganz interessant, was man da insgesamt an Ertrag erwarten kann, und welcher Winkel in dem Bereich am besten ist. Ich denke, dass das immer noch nicht die schlechteste Idee ist, eine Photovoltaikanlage nach Möglichkeit für den Winter auszulegen, weil es halt doch gerade, ja, in den Monaten, wo man halt am meisten heizen muss, schon sehr viel ausmacht. Irgendwo im Bereich 20, 30 Prozent, vielleicht auch mehr, ja, wie gesagt, kommt demnächst noch mehr Video drüber. Und, äh, gerade mit einer Wärmepumpe kann es durchaus lohnen, dass man vielleicht im Winter etwas mehr Ertrag hat, etwas mehr Eigenverbrauch hat, und im Sommer vielleicht etwas weniger, ja, wie gesagt, Wirtschaftlichkeit ist das eine, mir geht es auch einen gewissen Teil um Umweltschutz, muss ich auch dazu sagen, und jede Kilowattstunde, die ich im Winter mehr runterbekomme, belaste ich einfach das Netz weniger. Und auf Dauer kann diese Strategie, glaube ich, nicht so verkehrt sein, ja. Ja, dann, äh, sieht man es wieder im nächsten Video, äh, abonnieren nicht vergessen, ja, äh, Daumen hoch und Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao!